So, das ist hier Pöhlens bei Bad Oldesloe. Hier ist ein richtiges Pöhlens. Meistens haben sie damals die Krankenhaus gesiedelt. Da mussten sie sich draußen außerhalb der Orte ein paar Hütten bauen. Und so ist es entstanden, dass immer viele auch noch außerhalb waren. Nebenstellen. Ja, was ist denn hier ein Gedenkstein mitten in der Mitte? Dann lassen wir uns hier längs. Schulenburg links. Hier gibt es ja nichts zu sagen, ne? Ich weiß noch nichts. Pöhlens. Gut, mehr ist nicht. Tschüss.